was verbindest du mit dem handschreiben also ich verbinde da ganz viele tolle sachen mit und das ist auch der grund warum ich jetzt mit einem neuen podcast starte nach schreibst du schön von mir skripo und da geht jetzt gerade die erste folge online und hör sie dir doch auf mir skripo kommen sehr gerne an